Heilt ihr, Macbeth! Heilt ihr, Künstler im König! Die Geschichte von einem Mann, der von etwas besessen ist, nur weil Anderes ihm in den Kopf gesetzt haben. Macbeth! 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 Heilt ihr, Macbeth! Heilt dem baldigen König! Ich bin entschlossen und jeder Nerv ist zu dieser Schreckenstag gespannt. Sie wird uns zielfunden geteilt. Unumschreckte Herrschaft. Darf ich schreien? Macbeth zeigt die Metamorphose von einem eigentlich vernünftigen Kerl in einem, der über Leichen geht. Was würdest du denn gerne? Weiß nicht, aber ein Schloss machen schon. Ach Macbeth, Schlösser haben nur Könige! Macbeth ist der größte Herrscher aller Zeiten. Heil dir, Macbeth! Heil dir, König von Schottland! Heil dir, Macbeth! Heil dir, König von Schottland! Ich habe zu allem Mut und soll man anständig ist! Wer mehr hat, ist keiner! Heilt ihr, Macbeth! Heil dir, König von Schottland! Heil dir, Macbeth! Ich würde die Lady spielen! Ich würde die Macbeth spielen! Macbeth ist für mich, was Macht mit Menschen macht. Das Reizvolle an dem Stück ist eben, dass die Leute für uns nachvollziehbar sind. Und jeder von uns könnte in diese Spur reingeraten. Und jeder von uns ist ein kleines bisschen in der Welt.